Spiele zu Disney Filmen gibt es echt wie Sand am Meer. Pinocchio ist einer dieser, zumindest gefühlt, nicht ganz so populären Marken. Als ich die Super Nintendo Version vor einiger Zeit getestet habe, war ich aber sehr sehr positiv überrascht. Die Technik war überragend und das Gameplay solide. Wie schlägt sich die Portierung für den kleinen Handheld? Was taugt Pinocchio für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von NMS Software programmiert und von Merchant Interactive 1996 bei uns veröffentlicht. In Amerika erschien es im selben Jahr und Japan hat seltsamerweise keine Version abbekommen. Von der Geschichte her folgt das Spiel grob dem Filmklassiker von 1940 und stellt die Reise der Holzpuppe nach. Die Story ist zwischen den Level in schönen Standbildern erzählt. Im Prinzip ist das Spiel eine heruntergedampfte Variante des NES Spieles. Er steuert die berühmte Holzpuppe in einem klassischen Plattform aus der Seitenperspektive. Der Levelaufbau und C wurde dabei größtenteils übernommen, aber mehr dazu später. An sich ist die Steuerung simpel. Mit dem Steuerkreuz könnt ihr laufen, mit den Tasten springen und einen Trittangriff ausführen. Letzteren könnt ihr aber eigentlich sofort vergessen. Die Reichweite ist Mist und die Ausführung zu ungenau. Im Zweifel also Gegner einfach umgehen. Die Steuerung an sich ist zwar okay, aber trotzdem ist die Bewegung der Puppe dann doch nicht ideal. Das liegt vor allem an den Animationen. Diese schaffen natürlich ein schönes Bild auf dem Bildschirm, sind aber nicht immer ideal. Als Beispiel ist hier das Umdrehen des Charakters zu nennen. Kurz mal, die Richtung wechseln ist leider nicht drin, da erst eine entsprechende Animation abgespult werden muss und dadurch fühlt sich das Ganze dann doch etwas schwerfälliger an als nötig. Ansonsten seid ihr aber recht mobil unterwegs und könnt euch sogar an Kanten etc. hochziehen. So, klingt jetzt erstmal alles nicht super optimal. Die Stärke des Spieles sind jedoch die Level. Fast in jedem Abschnitt erwartet euch ein anderer Ansatz. Während sich der erste Level recht klassisch spielt, gibt es dann später einen Achterbar-Level oder einen Unterwasserbereich, in dem ihr an der Decke und nicht am Boden langläuft. So müsst ihr euch immer wieder umstellen und es macht einfach Spaß zu erfahren, was euch als nächstes erwartet. Die Schwierigkeitsgrad allgemein ist dabei eher kindgerecht und daher nicht sehr hoch. Ihr könnt ihn aber in drei Stufen in den Observer wenigstens einstellen. Leider gibt es auch keine Passwortfunktion oder ähnliches. Das ist hier allerdings auch einigermaßen verschmerzbar, da ihr relativ gut durchkommt und jetzt kein stundenlanges Spiel ist. Bei der Grafik haben die Entwickler sich bemüht, die Grafikpacht der SNES-Version zu portieren. Wie immer klappt es an manchen Stellen und an manchen nicht. Allgemein sieht das Spiel aber auch für den Gameboard durchaus gut aus, hätte es aber auch vertragen ein ganz eigenes Stil zu bekommen. Die Animationen sind dabei aber erstklassig geraten, was aber wie angesprochen dem Gameplay teilweise nicht gut tut. Das Sound hingegen ist über jede Zweifel erhaben. Er ist einfach wunderbar und passt perfekt zum Spiel. Was taugt Pinocchio für den Gameboy also heute noch? Euch erwartet hier ein solider Plattformer mit ein paar Schwächen und großen Stärken. Es ist jetzt kein absoluter Must-Have Titel. Ich hatte jedoch meinen Spaß damit und das Modul ist jetzt auch eines der eher günstigen. Ihr könnt bei einem Kauf also nicht groß was falsch machen. Erwartet hier aber kein Super Mario Land. Das war der Testopin Nokia für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, denn wisst ihr was zu tun ist und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut ihr Lieben, tschuuu.